Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der russische Einmarsch in der Ukraine die Erholung der deutschen Wirtschaft von den Folgen der Corona-Plandemie bremst. Echte wirkungsvolle Sanktionen gegen Putin werden bisher noch vermieden. Zahlreiche europäische Flughäfen erlauben zwar russischen Airlines nicht mehr, dort zu landen, die Champions League und die Formel 1 zogen sich aus Russland zurück, ebenso wurden diverse Bankkonten von russischen Politikern und staatlichen Unternehmen eingefroren. Keine dieser Maßnahmen wird irgendeine nennenswerte Wirkung zeigen. Russland ist auf jeden dieser Schachzüge vorbereitet. Und mit dem Ende für Nord Stream 2 schneidet sich Deutschland auch nur ins eigene Fleisch. Deutschland importiert jetzt Atomstrom aus Frankreich, weil es nicht mehr in der Lage ist, die dank Abschaltung der eigenen Atomkraftwerke selbst zugefügten Schäden in der Energieversorgung zu beheben. Um sich den ganzen Beitrag anzusehen, klicken Sie einfach auf den Link unterhalb des Videos.